Ich heiße Arlen Hotchowitsch und ich spiele Draco Malfoy. Was er so erlebt und wo er so durch muss, das berührt mich sehr, es bewegt mich sehr. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat das irgendwie so eine Seite in mir angeschlagen und so. Also ich freue mich sehr darauf, das zu spielen. Also ich glaube immer daran, dass alles, was man eigentlich wissen muss, im Stück steht. Ich bin also sehr gespannt, wenn wir unsere Spielfassung bekommen. Aber natürlich, Harry Potter ist natürlich ein ganzes Universum, in dem man sich so ein bisschen auskennen muss. Es ist wie ein Abenteuer, das jetzt irgendwie losgeht. Es ist ein bisschen wirklich wie nach Hogwarts gehen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was da auf uns alle zukommt. Ich bin sehr aufgeregt, wie das alles wird. Ich bin sehr aufgeregt, wie das alles wird.